Was ist der Unterschied zwischen hungrig oder geil sein? Der Unterschied ist der Ort, wo du die Gurke reinschiebst. Wisst ihr, wo ich links wähle? Nur auf der Autobahn. Wie nennt man einen lesbischen Dinosaurier? Mikulotopus Warum schreien Vegetarier beim Orgasmus nicht? Weil sie sich lieber auf die Zunge beißen als zuzugeben, dass ihnen ein Stück Fleisch solche Freude bringt. Die Polizei hält einen Polen an und sagt, Wir suchen einen Dieb. Darauf antwortet der Pole, Okay, ich mach's. Was ist der Unterschied zwischen Pikachu und einem Waisenkind? Pikachu wurde ausgewählt. Mama, Mama, darf ich noch etwas mit Opa schaukeln? Nein, der bleibt dir zu hängen, bis die Polizei kommt. Was hat ein Waisenkind und eine geklaute Uhr gemeinsam? Beide werden von einem Fremden aufgezogen. Was macht eine Bäckerin ohne Arme und Beine? Rumkugeln Woran erkennt man, dass Polen in der Stadt sind? Die Zigeuner versichern ihren Hausrat. Wieso verliert Putin bei jedem Wettrennen? Weil er kein Gas gibt. Warum mag die AfD das Internet nicht? Weil da so viele Links sind. Was ist schlimmer? Eine Katze auf dem Grill oder fünf Katzen auf dem Grill? Natürlich fünf Katzen, das ist Massentierhaltung.